hallo und servus zu neuen video hinter mir steht schweren herzens wieder ein feuerwehrfahrzeug von uns war wo wir uns trennen müssen vereinstechnisch da wollen wir ein kleines video darüber drehen viel spaß dabei so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei dem Video soll es eigentlich um Fakten, Fakten, Fakten gehen, keine Emotionen. Wir müssen das Fahrzeug leider veräußern. Das Fahrzeug hat uns immer gut gedient. Das Fahrzeug ist natürlich jetzt leer aktuell. Wir sprechen hier von einer Mercedes-Benz 602 Ka. Aus der Ersturlastung 13. Februar 1985 war natürlich selbstverständlich erste Hand immer in unserem Besitz bzw. der Gemeinde. Und wollen wir jetzt eben auch diesen Wege veräußern. Hatten keine Unfallschäden. Rosttechnisch haben wir natürlich ein paar Sachen dran. Aktuell hat er noch TÜV bis Juni oder Juli, glaube ich, 2023. Er ist so, wie er da steht, auch zu veräußern. Den aktuellen Preis entnehmt aber immer den Link, den wir unten mit eingefügt haben. Ansonsten haben wir keinerlei Mängel jetzt an dem Fahrzeug, was uns bekannt wäre. Wie gesagt, Rost haben wir ein bisschen. Lisa kann vielleicht mal mitschauen. Hier hinten zum Beispiel. Aber das ist jetzt alles kein Weltuntergang, weil natürlich die Fahrzeuge ja immer im trockenen Warmen die ganzen Jahre über gestanden sind. Hinten können wir vielleicht kurz reinschauen. Haben wir dann noch irgendwo die Trockkraftspritze drin war. Das ist alles mit dabei, so wie wir es jetzt hinten drin haben für die A-Saugschläuche. Die ganzen Einbauten sind noch drin. Was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich, dass das jemand zu einem Wohnmobil umbaut. Die Sachen sind ja auch relativ schnell wieder draußen. Ist aber jetzt hier mit drin und bleibt auch drin. Wir werden uns den Aufwand nicht mehr machen und das Ding eben dann noch entfernen. Dann können wir gerne mal in den Mannschaftsinnenraum reinschauen. Ja, das Fahrzeug war eben ausgestattet mit Artenschutz. Hier waren die dazugehörigen Flaschen eben mit drin. Ja, die ganzen Schläuche, Einlagen. Wie gesagt, ist alles so, wie er jetzt da ist, mit zu veräußern. Kilometer haben wir nicht viel drauf. Ich schaue mal, es sind jetzt aktuell 26.400 Kilometer. Nicht mal ganz 26.400 Kilometer. Ja, das Video wollen wir deswegen auch gar nicht in die Länge ziehen. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet ihr euch. Wir gehen ja auch bei uns direkt im Autohaus unter 0602, 1685, 3x6. Auto wird vereinstechnisch verkauft, natürlich ohne Bezugnahme auf Gewährleistung. Ich denke aber, wer so ein Fahrzeug kauft, der weiß, dass die einigermaßen gut beieinander sind, aber eben auch kein Neufahrzeug. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann meldet ihr euch einfach oder schreibt uns auch gerne über Mobilität an. Wie gesagt, den Link haben wir unten mit eingepflegt. Sonst noch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns und bis zu einem der nächsten Videos. Ciao.